Also ich habe das sehr gespannt vom Fernseher beobachtet oder gesehen und habe dann auch, als die Mauer dann geöffnet worden ist oder die Schranken hochgegangen sind mit den ganzen Zollbeamten und so, fand ich total interessant. Hatte aber gleichzeitig Angst über die Mitbürger, über unsere neuen Mitbürger oder unsere zukünftigen Mitbürger. Man wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, ob das jetzt auf Dauer sein wird oder nicht. Aber ich hatte da schon Bedenken, dass die mit unserem Konsumhaushalt klarkommen. Da war ich eigentlich, ja, das war so der Gedanke, den ich da zu dem Zeitpunkt hatte.